Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Amuseetablette mit eurem Rockbock. Ja, eine ganze Weile war ich nicht mehr da gewesen, aber jetzt bin ich wieder zurück mit Kirby und seinem Regenbogenpinsel. Und ja, schauen wir uns einfach nochmal ein bisschen weiter an, was in diesem Spiel alles zu entdecken gibt. Mal kurz gucken. Erstmal klarkommen hier wieder mit der ganzen Technik. So, aber es scheint wohl zu laufen. Mal gucken. So, 20 Prozent. Mensch, da sind wir überhaupt noch nicht weit. Wir wollen natürlich den Story-Modus noch weiter bestaunen. So, mal gucken. Grünes Tal, gelbe Düne. Na, wollen wir mal schauen, was es da so Schönes gibt. Tja, wie ich schon bei den anderen gesagt hatte, ist es wirklich nicht ganz einfach hier mit Kirby. Denn man muss natürlich auch schauen, wie man hier irgendwie langkommt. Ah. Tür. Schauen wir doch mal nach, was es hier so Schönes gibt. Oh, das sieht ja verdammt nach Entgegene aus. Iiiiih, die hat Stahl, die hat Laser. Die hat Laser. Tja, das war schnell. Da bin ich ganz schnell gestorben. Aber, wir haben ja zum Glück genug Leben. Einfach nochmal probieren. Eiei, die hat man zum Beispiel vom Acker machen. Das ist alles gar nicht so einfach Mist Da hat uns doch wieder diese Laser erwischt Tja, der erste Endgegner Und schon verkacke ich hier So, Turbo machen hier Na komm, weg da Kollege, holst ihn hin Irgendwie will er nicht so, wie ich will Schnell abhauen Nein, gehen wir zurück Na Ist ein bisschen schwierig Zu kommen, wie ihr seht Nein, weg, weg, weg Weg, 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 weg Ach Mist Da hat es nicht gereicht Aber wie ihr seht So überleben wir immer ein bisschen länger Man muss natürlich einfach Geduld haben Bis man das hier irgendwie hinkriegt Ist alles nicht so ganz einfach Hahahaha Nein, klasse Ach nee Er will immer genau nicht da Er will nicht werden Herrlich Da kriegt man noch leicht das Kotzen So Er will ja viel nicht Was? Nein, wieso soll ich damit jetzt im nächsten Ach so Okay Er sieht jetzt, dass ich gerade tierisch am verzweifeln bin Und damit ich den Spaß nicht verliere Dürfte ich jetzt sogar einfach mit dem nächsten Abschnitt weitermachen Das wäre jetzt ja leicht schummeln Das wollen wir natürlich nicht Das wollen wir natürlich nicht Das ist halt Ah Bleibt da halt immer hängen, ne Diesem Laser, und glaubt Jetzt ist der ja schon wieder extremst angeschlagen Und so eine kleine Kugel Tja Hehehe Mein Sohn freut sich schon, dass ich hier andauernd verkacke Aber so leicht gebe ich nicht auf Das muss ja zu schaffen sein Ich sag nicht Ich sag nicht Ich sag nicht Oh, hat mich der Laser wieder erwischt? Oh, Mann. Jetzt müssen wir mal gucken. So. Oh, weg, 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 weg. Ich muss mal ein paar Sterne einsammeln. Oh, nein, nein, Laser. Ah, der hat das nicht mehr genommen. Ich habe natürlich versucht, den Laser abzulenken, indem ich mit dem Pinsel darüber gegangen bin. Aber es hat nichts geholfen. Das war's für heute. Wie gesagt, man muss einfach Geduld haben und Power. Jawoll. Und weg. Weg, 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 weg. Mehr Glück als Verstand. Laser. So, die Frage ist jetzt, wo wir natürlich rauf müssen. Da ist es nicht. Sind wir für den Stein kaputt machen? Ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun soll. Woher geht er denn hin? Falsche Richtung, Kollege. Hm. Tja, nee. Da geht es auch nicht lang. Tja, wir sind hier ziemlich aufgeschmissen jetzt. Weil ich absolut nicht weiß, wie ich ihn jetzt treffen kann. Woah. Gepennt. Laser! Sehen diesen Stein kommen wir nicht an. Aber wo muss ich denn dagegen? So viel zu dem Thema Geduld. Irgendwie will er hier nicht. Wir kriegen zwar die drei zerstört, aber leider schaffen wir nichts anderes. Wenn man wenigstens wüsste, was man machen muss. Ja, was weißt du denn? Aha, also ich muss ihn treffen und dann bsch, bsch. Das bringt mir jetzt richtig viel. Jetzt haben wir auch schon ein paar. Daubo, 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 daubo. Daubo, daubo. Gut. Wie ihr seht, schaffe ich es einfach nicht. Und wir werden jetzt einfach mal versuchen, ein anderes Level zu machen. Dann nutzen wir einfach mal diese Chance, dass man hier mal weitermachen kann. Dann hier sollte er schließlich auch noch was von dem Spiel sehen. Ja. 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 Ja.